Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Bennett at Blood Party. Hier habe ich mich beim letzten Mal ein bisschen schwer getan, bei der Blood Explosion. Und jetzt gucken wir mal, was die Lava Party sagt, wa? Also ich muss dazu sagen, 16 Leben leicht schwer getan. Ja, also... Scheiße... Guck ich da durch? Oh, das wird böse. Ah... Ah, das mit dieser Weltklasse-Steuerung, boah... Na, lauf weiter! Guck ich da hoch müssen? Nö, äh... Checkpoint! Das ist... Das gefällt mir. Die Dinger gefangen mir ja immer nicht ganz so, aber... Soll ich machen? Boah, nein... Stimmt doch endlich! Was ist denn das hier? Habe ich denn jetzt hier meine Beinstumpen immer drückt? Achso, ja. Ich kann ja einfach Enter drücken. Da hatten wir ja was in der letzten Folge. Lauf, 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 lauf! Boah! Schaffst du, schaffst du! Ah, nein, schaffst du nicht! Äh, warte, du bist mein Kopf... Genau. Sonst überlebst du das nicht. Ja, wenn ich mich so ein bisschen nasal anhöre, ich weiß es jetzt nicht. Ich war blöd erkältet, konnte gar nicht aufnehmen. Ähm, weil die Nase so dicht war, dann hätte ich euch hier die ganze Zeit nur zugeworzt. Ja. Tolle Leistung! Ich muss mal eben Schluck nehmen. Ah! Oh! Man sollte auch springen drücken! Ah! Ah, schade. Ich dachte, ich krieg den Kopf noch. Ah, zu spät. Ah! 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 Alter, das ist doch nicht euer Ernst, oder? So, ist es! Oh Gott! Das Problem ist ja auch mit dem Kopf, ist die Steuerung auch wieder ganz anders. Aber you made it! Da haben wir ja mal wieder ohne große Probleme jetzt hier was abgeschlossen. Wooden Demise oder Demise, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Irgendwas Hölzernes. Oh nein, das bricht doch durch, oder? Okay, das sieht so eine Art Puppe-Palette-mäßig aus hier. Oh! Nein! Achso, das ist schon gut. Bam! Oh! Oder auch nicht Bam! Ich dachte, ich renne einfach durch, weißt du. Nix da! Oh! Jawoll, Checkpoint! Wollen wir die? Wir nehmen sie aber mit. Aber brauchen sie auch. Nicht unbedingt, aber boah! Boah! Der war mies! Aber da haben wir einen Checkpoint. Wenn, wenn wir ihn erreichen... ... Alter! Ernsthaft? ... ... ... Oh nein. Trampoline des Todes. Ach Gott. Also ich muss da rüber. Das ist ganz krass, weil das schaffe ich beim ersten Mal glaube ich gar nicht, oder? Ne. Da muss ich glaube ich nochmal ruchspringen. Auf dem Trampolin. Da ist noch eins. Aber auch mit dem schaffen wir es nicht. Also gucken wir mal. Aber ich glaube das ist der Trick an der Sache. Ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt auch kein anderes Trampolin mehr. Also wird es das schon sein? Ey, was ist denn das jetzt? Ich habe vielleicht keine Leben mehr, ne? Schon klar. Ne, da komme ich so nicht ran. Er wirft ja auch gar nicht lang genug, ne? Also... Ich muss es halt nochmal probieren, ne? Aber... Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was denn? Das wollte ich so. Ja, ganz klar. Das war so geplant. Patora Tower 2. Haben wir denn schon einen 1? Ah, ja. Gut. Selection. Oh Gott. Mann, wer macht denn sowas? Ich probiere mal die andere Seite. Das ist mal auf dieses 1000 Mal leichter. Na gut. Wollte ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, meine Aussage. Aber sie ist doch besser. Da war eine Lücke, du Ochse. Mach doch mal deine Klüsen auf. Ja, ich soll ja noch unbedingt den ersten Teil spielen. Das war eigentlich das gewünschte Spiel, sagte ich ja schon mal. André, der Idiot, weiß wieder nicht, was er empfehlen will. Muss ich mich hier durch zwei Spiele zwängen. Dank ihm. Oh, nein. Oh, noch von ganz vorne, Alter. Das ist doch... Belastend. Es belastet mich zutiefst. Oh, das war knapp. Mann, ey. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Ich meine, ich hab mir eigentlich keinen Zeitdruck, ne? Boah, ernsthaft jetzt? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist mal so richtig gemein hier, ey. Ey, weil ich bin froh, dass mein Körper noch ganz ist. Weil mit dem Kopf, nur mit dem Kopf wäre das ja wieder der Horror gewesen hier. Checkpoint? Hallo? 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 Checkpoint? Goal. Drüben sehe ich das Goal. Sag jetzt nicht, hier gibt's keinen Checkpoint, Alter. Raste ich aus? Vor allem erlebe ich wahrscheinlich gleich noch eine Überraschung irgendwie, dass denn... Ah, hier, guck. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht so aus, als wenn da einer fehlt. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab jetzt aber eher an sowas gedacht wie... Oh, die Steine gehen auf einmal runter. Das ist so wie bei Super Mario oder so. Oh, Gott. Und wer mein Super Mario Let's Play guckt, weiß, ich hab Skill. Bis der Arzt kommt. Nein. Oh, ich hab ein Bein verloren. Oh, hier war Hütchen, glaub ich. Kein Checkpoint hier, Alter. Das kann doch nicht angehen. Okay. Okay. Ich habe nur einen Versuch. Ja, der war nicht gut. To respawn, ganz unten. Du bist ganz unten angekommen, Kollege. Von hier aus gibt es keinen zurück. Also mit ganz viel Anlauf, mit dem Hühnchen, wenn man denn da ankommt. Fuck. Das ist echt gemein. Du darfst hier keinen Fehler erlauben. Ja, ich freue mich aber natürlich schon auf den richtigen, ich sag mal, ersten Teil. Weil es da ja auch eine Story geben soll. Also, wenn ich das so richtig aus dem Trailer erkannte, Ben und Ed sind halt Freunde. Einer von den beiden, ich weiß es nicht mehr, ist halt ein Zombie. Und der andere ist ein kleiner Junge. Glaube ich. Und der Zombie muss, indem er so einen Parcours-Scheiß hier durchgeht, wie ich jetzt hier gerade schon mit meinem, ähm, Fimmelnase, ihn retten. Und wenn das natürlich noch irgendwie, ob witzig erzählt, so mit ein paar kleinen Gags und so, weiß ich natürlich nicht, ob es da überhaupt irgendwie sowas wie Gags geben wird. Bin ich gespannt drauf. Spiele ich dann im Endeffekt genau im Anschluss nach diesem Ding? Ich sollte mich eigentlich mehr auf das Spiel konzentrieren, als euch irgendwas zu erzählen, ne? Also, spielen und reden ist manchmal ganz schwer. Gerade, wenn man dann noch irgendwie was erklärt und nicht einfach nur dumm, dumm tüchsammelt, ne? Oh nein, 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 überlebt das! Ich war doch schon oben. Es ist doch zum Mäuse melken. Ihr merkt, ich bin gerade hochkonzentriert, ich sag nichts. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ja, gleich haben wir es hinter uns. Ah, das gibt es doch gar nicht. Das war auch super knapp. Das auch. Da lässt uns so langsam die Konzentration nach. Ach, das ist kein schönes Level. Und wenn man es so sieht, denkt man, ach, das ist ja gar nicht so schwer. Es ist ein bisschen hüpfen. Es sind ja kaum Fallen da oder so. Aber man glaubt gar nicht, wie sehr man durch diese Steuerung manchmal echt sich vertut. Wunderschön. Wenn ich mal nicht rede, kann ich euch nur empfehlen, achtet mal auf die Kamera ein bisschen. Könnt ihr so ein bisschen meine Gesichtsentgleisung verfolgen. Wir hören schon wieder Hütchen, das heißt, wir sind dicht dran. Jetzt bloß nicht verkacken. Ich bin mal gespannt, ob ich das überhaupt schaffen kann, ey. Ich war doch auf dem Goal. Ich war doch auf dem Goal. Ich war doch auf dem Goal. gar nicht weiter. Ich war doch auf dem Goal. I don't know. Ich bin nicht gelaufen. Ich bin nicht gelaufen. Ich bin nicht gelaufen. Das kann doch nicht angehen. weiß man nicht das ist jetzt wahrscheinlich das ist gemeine muss erst mal oben ankommen um dann mal zu versuchen mache ich denn jetzt jemand weil es ja kein checkpoint in der nähe das heißt ich habe es jetzt einmal nur mit normal laufen versucht ich habe es mit mega anlauf und sprung versucht mache ich es vielleicht nur mal mit mega anlauf dass er schon weit nach vorne schießt aber mehr niedriger fliegt ich habe im endeffekt überleben kann ich das sowieso nicht ich glaube aber ich muss einfach genau wenn ich da schon aufkomme meinen körper direkt aufs goal verteilen meine körpersaft säfte meine suppe körpersäfte ist ja nicht so dass ich hier am onanieren bin oder ihr wisst schon was ich meine dieser brei der entsteht wenn ich aufkomme das war knapp knapper als knapp könnte man schon was sagen wir sind oben ich würde gerne mal eben was probieren ich nehme mal ein so ein ding auf hier ist fliegt sofort es fliegt also auch von alleine aber es ist nicht so dass ich steuern kann dass ich sagen kann ich will erst dass es später fliegt also machen wir es mal so ja das war richtig ich habe nur einmal vergessen weiterhin nach vorne zu drücken ich habe einmal ganz kurz nach vorne drücken weggelassen sieht man glaube ich auch sonst hätte ich es geschafft verdammte axt wenn ich das leben jetzt vergeude müssen wir es in der nächsten folge das ding stelle ich mir richtig mies vor mit noch mehreren spielern wenn ich da denn irgendwie noch zerhackst oder hier einfach mal runterschubst also an diesem spiel können glaube ich freundschaften zerbrechen ohne scheiß ich habe es fast schafft eigentlich sollte man sowas ja aber nicht sagen weil dann geht es schief hier geht nur ein höher oh gott dann geht es eh schief hatten wir ja gar nicht oh nein oh nein oh nein ich brauche die doch das wird jetzt nichts glaube ich kann jetzt ja gar nicht das hähnchen aufnehmen oder ich glaube nicht das war's leider restart wir gehen mal eben auf die map selection wir müssen sie der nächsten folge leider noch mal machen tut mir leid vielen dank fürs zuschauen und bis dann bis dann